Kennt ihr das, wenn ihr in Among Us in Runde 1 die Rollen von 8 verschiedenen Leuten callt, gefühlt und alles richtig ist? Ich auch nicht, aber vielleicht in der Runde, wer weiß. Ihr müsst mitfiebern, was am Ende von meinen Calls gestimmt hat, findet ihr selbst raus. Aber die Runde war sehr lustig, okay? Wenn ihr jetzt denkt, wow, Lesk, du altes Orakel, lasst den Daumen da. Abonniert den Kanal gerne, falls ihr es nicht gemacht habt und besucht mich im Stream, 17 Uhr, okay? Tschüss. Ey, du standst halt da perfekt so an so einem komischen Ort. Jo. Viel Spaß. Aber das war so lustig, wirklich. Viel Spaß. Da läuft man sofort los. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ich füll die mal auf. Julie und Terste stehen sehr lange da. Terste könnte Lover sein. Ich lauf mit Vivi rum. Steht hier jemand? Items. Oh. Ich hab' doch gerade aus dem Mente rausgefischt. Der hat nicht den Sound bekommen, oder? Ich dachte kurz, ich werd' reported. Die Identitätskrise, wie? Ich bin tot. Also, da lag ne Leiche an Licht und es war Licht aus. Und ich bin ganz ehrlich, ich hab' da wirklich gar nichts gesehen. Also, macht euch da keine Sorgen. Ich bin dir sehr dankbar, deswegen hab' ich auch nichts gesehen. Mhm. Sehr gut. Ja. Mhm. Es war nicht Flask. Und Jeff war's glaub' ich auch nicht. Und ich auch nicht. Hansi war's auch nicht. Und Terste wahrscheinlich auch nicht. Und Vivi war irgendwo hinter mir. Ja. Ohne Joke rausnehmen kann ich glaub' ich Jeff und Baso. Oh cool. Terste, welche Rolle hat dein Lover? Bitte? Welche Rolle dein Lover hat? Der Y. Aber ich bin vorher hochgelaufen als er. Aber er war doch gar nicht beim Y. Na, er muss ja. Er war beim Mad Bay. Ja, aber ich bin ja als drittes losgelaufen, glaub' ich. Und ich hab' ihn hinter mir gesehen. Deswegen kann er's nicht gewesen sein. Die ersten beiden waren Franzi und ich. Ja, genau. Das kommt ja dann hin. Hm, frag' nochmal nach. Wird mir auch interessant. Ich muss gleich noch nachfragen, ja. Na gut. Okay. Wo hast du mich gesehen, Dalu? Als wir am Anfang losgelaufen sind. Ich war aber vor dir. Deswegen konntest du den Kiel nicht machen. Weil du mich nicht überholt hast. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Vor mir war Baso. Okay. Ich hab' dich nirgendwo gesehen, Jeff. Wir sind zusammen unten losgelaufen, Baso. Nee, ich stand auf dem Metscanner mit Feine Katze ganz lang. Und dann bin ich hochgelaufen. Nee, am Anfang sind wir losgelaufen. Ich bin in den Communications rein, dann. Oh. Boah, das weiß ich gar nicht, wer am Anfang kann sein, ja. Das war doch kein Dalu von mir, oder? Ich war das, Jeff. Ich bin kein Clown, ich bin Koch. Clown-Koch. Auch Clown. Ich bin mir da nicht so sicher rein. Hab' jetzt nachgefragt, ne? Ein kochender Clown. Ja, gerne nochmal im Lava-Chat dann. Achso, ja, okay. Was ist Lava-Chat? Ähm, das ist, ja. Ach, Lava. Geschmolzener Stein-Chat. Der Chat ist Lava. Warum kriegt zwei Wohnsitzel? Der Chat ist Lava. Nein, nein, nein. Der ist da einfach Jester. Nein, Freunde. Es ist vorbei, Alter. Lass mich leben. Der Boden ist Lava. Guck mal, wo ist er denn? Wo steht er denn drum? Der tippt doch gerade, oder? Nee. Tim tippt. Tim und Terste. Wir sind im Lava-Chat. Tim und Terste sind im Lava-Chat. Aber die sind, glaub' ich, Crew-Lava. Die sind Crew-Mate-Lava. Items ist da gewandet, oder nicht? Items und Linda sind Imposter. Der ist andauernd VIP, das ist ja krass. Das ist doch echt schlimm. Scheiße. Also beim Papo seid ihr alle traurig, aber die arme Vivi oder was? Okay. Wer? 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 Ich werde auch nicht trauern, Dalu. Little Cat is dead. Little Cat is dead. Little Cat is dead. Sorry Vivi. Au. Es fühlen mir, das ist egal. In beide Folgen. Papo liegt im Lichtraum und ich hab' auch den Vent grad noch zugehend sehen. Also war Vent-Kill. Vom Zeitling her kann das sehr gut sein, ja. Ich war mit Dalu und Franz im Labor. Wenn Zeit muss, kann ich das bestätigen. Ich bin gerade in dir reingelaufen, Katze. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast. Ich weiß, dass irgendjemand noch dort war. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin gerade kurz vor dem Report endlich reingelaufen. Das kann sein. Mhm. Ich kann's dir nicht hundertprozentig bestätigen, aber das kann sein. Da waren drei Leute in Admin. Eine davon war Baso. Nee, ich kam von unten. Ich kam von bisschen hochgelaufen. Alte, du bist Magier. Nein, Katze. Magier-Katze. Weil ich bin im Elektrical-Raum gewesen. Bin ich rausgelaufen, dachte mir, Moment mal, ich hab' hier noch eine Task glaube ich. Ich laufe da rein, auf einmal stehst du da. Time-Katze. Nee, ich kam von... Ich hab' den Schild gemacht, rechts bei Admin, nachdem ich den Kurs gemacht habe. Ja, du kannst gar'n Schild machen, ich bin Medic. Oh! Entschuldigung, da bin ich ja überführt. Du kannst dich überführen, ich bin Sheriff. Wo bist du hinterlassen? Drei-Fach-Exposed. Chris, weiter. Ich hab' mir Kakao aus dem Automaten geholt. Gestalu-Medic. Ich will dir nicht, das ist wahr. Ja. Stellt euch vor, es wird eine Rolle geben, die heißt Koch. Und der kocht einfach nur Essen. Andere Leute essen das Essen, dann... Das war's. Und die kriegen dann Buff erhöhte Vision, oder wenn du böser kochtest, kriegen sie einen Buff weniger Vision. Oder mehr Movement Speed, oder weniger wegen Food-Koma. Ja, oder das Essen ist vergiftet und die sterben dann, weißt du? Ja, Imposter-Rolle. Das könnte man alles... Das könnte man alles... Weil der Koch muss ja vorher probieren. Oder die haben auf einmal eine andere Farbe. Man kann das ja kippen und... Ich versuch das mal, ich probier gleich. Ja. Zu kochen? Ja. Mach lieber nicht. Mach nicht, du. Ey. Oha. Ey. 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 Also, Jeff und ich sind geswappt worden. Ey. 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 sehr stark auf Linda hin tatsächlich Items hätte andere Leute gepickt man nimmt als Swapper immer so unterbewusst bestimmte Leute denke ich Julie auch nicht ich denke es müsste fast Linda sein von den Leuten die noch leben wenn ich nicht über nicht jemanden übersehen habe Tim Morris würde auch gehen aber Tim hätte auch andere Leute gepickt Tim würde eher ich glaube Dalu und mich swappen oder Lunatic und Bars oder so das Jeff Vlesk ist nicht das ist kein Tim Swap das ist nämlich Swapper sein das ist Psychologie wisst ihr Chat den Swapper kann man anhand von Psychologie überführen passt gleich mal auf 99% 10 Sub gibt es drauf dass Linda das Swapper ist weil ich einfach das studiert habe Katze da ist noch jemand auf dich raufgesprungen deine Katze hat sich selbst reportet ich habe mit feiner Katze Leid gefixt dann lag unten Lunatic dann habe ich mich mit Jeff und Katze rauf gestellt und kurz vor dem Report ist noch eine Person raufgesprungen also Jeff was ist going on ja aber Franzi wurde auch gefressen oder? auch noch nee die wurde angezeigt die wurde angezeigt ja ich habe es noch nicht probiert aber hast du nicht gesehen dass der Wend noch oben aufging Tim? habe ich nicht drauf ich hatte nur nach vorne geguckt und da habe ich gesehen wie noch was raufgesprungen ist hä? aber ich habe ja auf die Wend lass dich nicht einlönen Tim nein weil der Wend noch oben aufging da habe ich eher drauf geachtet habe ich nicht gesehen ich kam gerade zur Tür rein und habe verstörende Dinger gesehen Tim warum habt ihr die erste Leiche nicht reportet? welche erste? die die da lag und sind drüber gelaufen seid ja weil du kennst das doch selbst wenn man auf eine Leiche rauf geht zu dritt und die so ein bisschen versteckt ist ja nicht dass wir das das erste Mal machen in der Lobby so und dann wurde halt reported und dann ist noch jemand raufgesprungen war da du auch da? nee ich habe gefragt nee nee es war Jeff, Lunatic, Katze, ich ich war mit Vlesk links beim Reaktor Jeff warum wunderte ich das so? ich war das nicht? ich frage mich dann wer da hingewendet ist hingewendet ist keiner ich bin mit Juli in der Schleuse entgegen gekommen jawau genau und ich frage mich aber wieso kommt da oder geht da jemand in den Wend weil Tim du warst ja Lichtfilzen bist da runtergekommen mit Katzen zusammen genau heißt das ja jemand dass da jemand aus dem Wend rausgekommen sein muss ich habe jemanden in den Wend springen sehen bei der Schleuse aber ich, also ich habe nur gesehen wie der Wend das ist ja noch frecher frech ne? dann bleiben doch nur noch Devi und Terse für den Wend übrig oder? ich war mit dir und Vlesk in die Kondorin grad aber ist der Wend nicht erstmal egal jetzt ganz im Ernst wenn Jeff vor mir tötet? das ist schon der einzige der das gesehen hat ja aber könnt ihr euch irgendwie rausnehmen? warte 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 mach ich so was? ok also ich habe mich aus dem Wend rausgenommen das ist jetzt ein bisschen blöd ich habe sogar gesagt Tim und Terse sind Lover oh der Ebiker ist noch ja toll jetzt kann ich nicht mehr gewinnen Jeff ich bin enttäuscht was soll das? aber einen probiere ich noch hey hey meine Rolle ist weg chat ich habe es euch gesagt ich bin hier das das Orakel von Mira Tim und Terse waren Lover aber jemand hat mich geschifftet scheiße wenn das Linda war wer ist da ein Swapper? Mist wenn das nicht stimmt dann weine ich der ist nicht gut der ist nicht gut der ist gar nicht gut da unten habe ich noch eine Task ne meine Rolle war auch sehr useless die ist mit mir da könnte aber jeder andere gewesen sein mit dem Shift ne aber ich glaube das war Linda aber wer ist denn Swapper? ich muss meinem Linda Call mit Swapper vertrauen warte mal wie kam Julie hin? die war doch gerade unten oder? sie ist aber hochgelaufen eine Persons Cafeteria drei Leute sind ein Admin Dalu ist es nicht ah das sind wir drei wer steht denn hier unten? ist Stevie? ist Stevie noch im Leben? ach ja das ist die Leiche von Adams wie kann ich eine Leiche gefunden aber warum drückst du? oh nein Linda ist gestorben äh Julie hat vor allem die Leiche gefressen was? ich kann gar nicht fressen ich wollte Basel reporten ich wollte Basel reporten und dann ist äh Basel weg gewesen und Julie rennt nach unten weg ja du wenn du da was machst Kai habe ich damit nichts zu tun warum soll ich dann den Bad das ist Herr Käse also willst du mir sagen dass Julie vergessen hat die Leiche von Items da unten aufzumampfen? naja dann muss es ja Stevie sein ich habe die erste Leiche reportet ich würde niemals jemanden nicht essen ich bin so hungrig wie ich bin einmal lasse ich euch aus den Augen also ich bin die ganze Zeit bei Basel geblieben weil ich dachte Basel ist böse weil Basel hat den ersten Kill gemacht den habe ich dann reportet und habe gesagt oh ich habe niemanden gesehen uiuiui habe ich aber dachte Basel war das jetzt bin ich die ganze Zeit bei Basel geblieben und habe immer getanzt wenn wer kam um zu sagen oh da kommt wer ähm und äh ja dann kam Julie aber vor und äh hat schnabuliert und dann bin ich zum Baden gelaufen Tivi ich muss mal von dir was hören jetzt ja aber wer ja gut ich habe nicht viel zu erzählen ich habe gerade meine letzten Tasks gemacht bei der Schleuse oben ähm da muss doch trotzdem jemand gerade gekillt haben bevor Julie gelassen hat ja sie ist ähm Vles und Julie waren beide da einer wird war ne geht gar nicht wie habt ihr gekillt? ah Dalu wie habt ihr sie getötet? na wie hast du sie denn getötet? Jackalocard wenn ihr mich rausvoted wird Julie gegast und dann habt ihr verloren dann ist es vorbei der Evil Gesser lebt ja noch gegast? ja der Evil Gesser lebt auch noch weil der Good Gesser wurde ja geholfen ja Jeff war doch der Evil Gesser nein Jeff war Good Gesser und hat Tim oder so gekillt hat er gesagt dann machen wir das eben so bumm dann wurde Jeff gegast vom Evil Gesser nein nein ich glaube was ist wenn es andersrum war? ich glaube Jeff war der Good Gesser er wurde nämlich beschuldigt aber wenn Jeff der Evil Gesser ist warum sollte er sagen dann mach ich das eben so ja dann hat er den rausgenommen der ihn verloren hat das kann er auch machen ohne zu sagen dann mach ich das eben so ja was macht er doch nicht als Good Gesser Dalu du bist natürlich okay sie wie ihr habt verloren Julie du bist Weilscheif Lesbiss in Posse sein ne wir haben Mea ja das ist ja ganz schlecht dann dann hat der Evil Gesser ja jetzt einfach ins Spiel dann sind ja beide Rollen klar wir sehen uns tschüss warte mal scheiße stimmt und jetzt haben wir ja auch kein kein Button mehr aber warum war Jeff denn Nice Gesser und haut den den hat er denn da raus gegessen wie soll man denn darauf kommen weil ich war der einzige der halt nicht da war als Linda gestorben ist und das Fundalo hat mich gerade nicht überzeugt einfach irgendjemand von euch muss da jetzt mal reinhauen komm Juli geil IG 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 du warst Wulcher ich hab das gesagt weil Tim auf einmal mich gepusht hat obwohl ich ja gesehen habe dass er vor mir die Snitch gekillt hat ja aber okay dann mach ich so aber kannst du mich einfach gessen ohne zu sagen dann mach ich das eh ich wollte ihn ja nicht ich wollte ihn ja nicht einmal sass machen ich wollte ihn nicht irgendwie gessen weil ich ja gesehen habe okay er ist ja klar weil er die Snitch gekillt hat so offensichtlich vor allen Leuten wollte ich ihn nicht sass machen ich wusste ja gar nicht dass du das gesehen hast weil Licht war ja aus Basel ich hab gedacht du hast den ersten Kill gemacht ja ich weiß Daniel aber ich hab tatsächlich nur die Leiche da oben gesucht deswegen bin ich da so rumgelaufen nachdem ich bei einer Katze gekillt habe wusstest du doch dass ich böse bin ja da wusste ich da Basel war Swopper Terse und Tim waren Lover und dann dachte ich mir so oh warte fuck ich kann das nicht fixen nur den letzten hab ich nicht gehabt ja ich war genau ich wusste auch in der Diskussionsrunde dass du dachtest dass ich den Kill gemacht habe und dann hast du so gesagt oh ja ich hab keine Ahnung ich hab nix gesehen wegen der letzten Runde ja genau ja ich fand das lustig deswegen hab ich nix gesagt sehr gut aber Tim wie war auch ein guter Major als ihr da alle weggegessen habt konnte ich ja keinen mehr essen ja am Ende wollte ich doch noch einen probieren aber ich war nicht was hat die Rolle äh die Lover-Rolle verraten ich war sehr fliegt zu achso ja ne du standst am Anfang an der Task ein bisschen zu lange und dann dachtest du du schreibst gerade wahrscheinlich bist du irgendwo stehen geblieben also meistens ist es so Lover kennt man wenn die am Anfang irgendwo stehen bleiben plötzlich ja du standst zu lange an der Task und dann wusste ich dass du Lover bist und dann Tim nach dem Meeting und dann wusste ich dass Tim Lover ist und beim Benzin ne aber das bringt ja auch gar nichts ja genau genau